Die langjährige SPD-Politikerin und ehemalige Bundesfamilienministerin Renate Schmitz. Und wir sprechen über ihr Leben, über den Zustand der SPD. Und darüber, dass es immer noch viel zu viele Frauen gibt, die meinen, ihr Mann wäre ihre Altersversorgung. Ich freue mich auf das Gespräch. Heute 18 Uhr und Sonntag 11.30 Uhr bei phoenix.